und hoch und aufs hinterrad und rum und runter und auf den schwebebalken und aufs hinterrad und springen über die wippe jetzt wird schwer ohne anlauf und aufs auto rüber und hoch und 360 über den schwebebalken da musste max viel kämpfen in dem versuch wenn er absteigen muss dann hast du sowieso gewonnen oh 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 oh